Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ace of Spades. Heute heißt es mal mehrere Hügel mit meinem Freund Patrick. Ja, und wie man sieht, ich habe gerade noch etwas eingestellt und er wird schon langsam ungeduldig. Aber doch jetzt geht es auch sofort los. Auf meiner eigentlich Lieblingskarte Alcatraz. Ich gehe mal grün. So, ähm, sehe gerade gar nichts. Und na klar, das Territorium ist natürlich auch sofort hinter sein Spawn. Was, äh, nicht Territorium, äh, der Hügel, genau. Territorium ist ja noch ein anderer Spielmodus. Ist natürlich genau hinter sein Spawn, aber merkwürdigerweise geht er dort dann gar nicht hin. Drum, gehe ich mal hier hin und baue hier erstmal Besatzung. So. 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 Nicht Besatzung, äh, 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 wie heißt es? Schutzwalle. So. Und so. So. Das sollte doch erstmal reichen. Und wenn er wirklich versucht reinzukommen, hihihihi, kann er was erleben. Kommt da denn? Hm. Jo. Ist er überhaupt da? Oh. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Haha. Und dann ist genau der Hügel wieder weg. Schöne Sache. Okay. Also, ich glaube, dieses Spiel werde ich für mich entscheiden. Denn, naja, wieso auch nicht? Alter, ich kacke gerade die ganze Zeit runter. Haha. Bitte was? So, erstmal hier die Tür verbarrikadieren. Und flup. Und flup. Bisschen paar Mienchen hin. Vielleicht kommt hier auch von oben. Setze ich hier mal noch zwei hin. So, und dann. Kann er ruhig kommen. Versteck mich mal hier ein bisschen in der Wand. So. Höre was. Da steigt mir aufs Dach, der Alte. So. Meine Güte, also wirklich. Findet er das etwa witzig, mir einfach aufs Dach zu steigen? Es geht ja gar nicht. So. Er kommt da auch nicht. Spannend. Sehr spannend. Muss man sagen. Oh, ich bleib einfach mal hier drin. Wow. Wow. Haha. Krass. Alter. Das halbe Haus ist weg. Und auf zum Kirchturm. Denn dort ist unser nächsterer Hügel. Äh. Scheiße. Ich komme hier gerade nicht mehr hoch. Äh. So. Ich baue hier mal ein paar Steine hin. Damit das nicht ganz so auffällt. Was verstecke ich mich mal hier drin? Oh. Der liebe Patrick muss leider weg. Das ist ziemlich schade. So. Wo ist er? Wo ist er? Da oben? Wo haben wir den nur? Hä? Also, ich muss zugeben. Ich finde ihn nicht. So. Dann wollen wir mal sehen, wie er darunter krepiert. Hm. Gar nicht. Auch gut. Okay. Wo ist denn der nächste Stützpunkt? Da. Okay. Ist er noch im Spiel? Ja. Gut. Ah. Ah. Au. Dann noch mit der Angst verfolgt, dass ich sehr hier kurzzeitig eintreffen könnte. Ich mache mal ein bisschen das Dach zu. Ich mache mal ein bisschen das Dach zu. Und hier ein bisschen zu. Oh. Alles Vorsichtsmaßnahmen. Oh. Ich habe nur noch zwei. jetzt wird's witzig. Jetzt wird's witzig. Jetzt wird's witzig. Jetzt wird's witzig. Na, komm her. Komm her. Komm. Sehr nice. Sehr nice. Ich sieh' das grad. Das Geräusch im Hintergrund. Äh. Da. Fahrer doch. Hä? Hä? Wo ist er denn jetzt? So. Ist er weg. Ist er weg. Schnell hier rein. Schnell hier rein. Ein gegner. Ein gegner Luftangriff. Ah. Ah. Wow. Sehr nice. Sehr nice. Gerade so noch überlebt. Aber schöne Runde. Schöne Runde. Muss man sagen. So. Ach. Ich renne auch hier eigentlich nur hin und her. Von oben nach unten. Von links nach rechts. So. Jetzt muss ich hier rein. Ach du Scheiße. Das wird schwer. Das wird schwer. Aua. Halt die's ab. Diese Basis ist auch wirklich sehr schwer zu verteidigen. Ähm. Ich laufe gerade in die falsche Richtung. Aber das macht mir nichts. Denn ich werde so oder so irgendwann ans Ziel kommen. Wie heißt es so schön? Alle Wege führen nach Rom. Nur das Blöde ist jetzt hier, dass ich nicht rum suche. Oh. Wow. Der. Haha. Wie geil. Wie geil. Sehr gut versteckt. Muss man ihn lassen. Muss man ihm lassen. Hat er alles von mir. Hm. Alles bei mir abgeguckt. Ist ja klar. Ähm. Alter. Da komm ich doch grad her. Oh. Geil. 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 Ich bin erster. Ich bin erster. Soll er mir hinterherkommen. Soll er mir doch hinterherkommen. Durchs letzte Eck getroffen. Da hör ich ihn schon wieder hacken. Und da hab ich ihn auch schon wieder gesehen. Und jetzt wird er die Treppe hochkommen. Versuch. Okay. Er versucht es wenigstens. Doch ich werd ihm entgegenkommen. Weil ich ja sehr freundlich bin. Ach ja. Ach ja. Was versucht er denn hier? Oh. Er versucht das Ding. Ein ganze Ding zu köppen. Nicht witzig. So. Hab ich dich. Du. 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 Saft Banause du. Och ne. Hä? Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Tschüss. Tschüss. Ach stimmt. Hier ist ja dein Spawn. Ach ne. Das ist so fies. Das ist so fies. war hier nicht gerade noch Patrick namens Zug. In meinem Bild. Sah so aus. Sah so aus. Versteck mich jetzt einfach mal hier. Ich hab Angst. Na los. Komm her. Bist du. Wo ist er? Wo ist er? Aua! Was war das denn? Ich hab ihn doch wenigstens auch getroffen. Hihihihi. Da. Hinten war er. Oder nicht? Ach. Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Ach. Da unten. Inja. Große Kabüffchen. Und er ist mir schon einen Schritt voraus. Denn er läuft schon. Seh ich hier gerade. Da ist er schon drin. Und da büttelt er sich auch wieder ein. Das kenn ich doch. Kenn ich doch. Boah. Wieso leck ich denn jetzt so? Boah. So knapp. Boah. Nein. Hm. Ach shit. Darf man nicht schreiben? Nein. Ist ja super. Das freut uns ja. Das freut uns. Na komm. Uff. So. Jetzt machen wir es ihm noch ein bisschen schwieriger. Denkt sicher. Wenn er von oben kommt. Da bin ich runtergegangen. Einfach gerade runter. Doch da bin ich nicht. Also lieber Patrick. Ich weiß ja. Dass du dir das sicher auch angucken wirst. Und jetzt. Ähm. Irgendwie hast du es nicht so ganz verstanden. Oder? Man soll Punkte sammeln. Sammeln. Punkte. Genau. Ganz einfach. Nicht schwer. Und ich wüsste gerne. Was du. In der Zwischenzeit gemacht hast. Ich bin immer schon. Ich laufe hier immer schön zu den Basen. Und du. Was machst du? Nichts. Ja. Super. Na gut. Also. Weiter geht's. Dann. Wollen wir ihn mal verkacken lassen. Aber wir sammeln uns die Punkte. Ich muss jetzt. Hm. Schade. Ja. Dann. War. 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 Es. Nur noch. Einer. Vielleicht. Kann ich jetzt noch ein paar. Leute. Ja. Anheuern. Sock mit. Sock mit. Sock mit. Und ich. Ähm. Ich. Ähm. Ja. Ich. Ja. Was mache ich jetzt? Hm. Wenn die jetzt nicht sofort kommen. Mache ich auch ein. Aufnahmeschnitt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder von Ace of Swades. Diese Luftangriffe war schließlich noch. Waaah. 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 Okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Wo es wieder heißt. Blei. Kugelregen. Und jetzt. Was ich jetzt noch mache. Ja. Hm. Weiß ich nicht. Hm. Dann. Ciao. Mit. Naja. Wisst ja schon. Ihr könnt ja sicher sprustet probieren. Also. Ciao. Ciao.